Und dann würde ich vorschlagen, dann schauen wir uns die Aufgabe 46 an. Also ich habe vorhin mal kurz in das Aufgabenheft reingelugert. Da gab es eine Spannungsquelle und einen Widerstand, sozusagen einen Vorwiderstand oder man könnte auch sagen einen Serienwiderstand zu der Spannungsquelle, einen Innenwiderstand und dann gab es hier einen variablen Widerstand, der da als Lastwiderstand angeschlossen ist. Den konnte man eben einstellen. Ja und am Dienstag in einer anderen Lehrverein, ich habe mir so ein kleines Experiment gezeigt, habe ich jetzt nicht mit, aber kann man irgendwie mechanisch so aufbauen, dass man einen Widerstand hat, wo irgendwo so ein Schleifkontakt dran ist, der an einem Draht langschleift oder an einer Kohle schlicht langschleift. Und dann kann man von Hand an einem Drehknopf oder mit einem Schraubendreher oder so kann man Widerstände einstellen. Das kriegt man schon gebaut. So und jetzt brauche ich mal irgendwie die Zahlenwerte aus der Aufgabe, die habe ich jetzt nicht im Kopf. Du musst jetzt mal ansagen. Die Spannungsquelle sind 12 Volt, die nenne ich mal UQ und 12 Volt wäre jetzt so wie eine Autobatterie. So und der Vorwiderstand, den sollen wir glaube ich ausrechnen, richtig? Der ist gesucht und für diesen einstellbaren Widerstand hier ist was gegeben. Genau, also der hat einen Nennwert, den nenne ich mal Rn von 10 Kiloohm. Und dann 0,1 Watt und P ist, also P max, die maximale Leistung, die der umsetzen kann, ist 0,1 Watt. So und der hat wirklich 10 Kiloohm, ja? Okay, gut. So und was ist jetzt laut Aufgabenstellung gesucht? Genau und zwar der Vorwiderstand, so dass in diesem Widerstand hier im Prinzip diese maximale Leistung nicht überschritten wird. So und tja, jetzt kann man sich tatsächlich so ein bisschen drüber auslassen, wie man das jetzt hier geschickterweise ausrechnet. Wir können ja erstmal ein paar Formeln hinschreiben und dann denken wir mal so ein bisschen drüber nach. Also, tja, wie würdet ihr jetzt an diese Aufgabe reingehen oder was könnte man jetzt als Formeln aufschreiben? Also, wenn man in der Elektrotechnik nicht weiß, was man machen soll, was kann man für jede Schaltung immer aufschreiben und wo kann man praktisch nichts bei verkehrt machen? Ja, aber wir haben, ja, also mit Ableitungen hier haben wir auf jeden Fall nichts zu schaffen, weil keine Speicherelemente drin sind, keine Kondensatoren, keine Induktivitäten. So, aber an den Widerständen gilt was? Was kann ich bei den Widerständen für eine Formel hinschreiben? Genau, also wie heißt diese Formel? Nach wem ist die benannt? Das Ohmsche Gesetz, ganz genau. Also manchmal liegt das Offensichtliche vielleicht so nah. Okay, also wir können für die Widerstände ein Ohmsches Gesetz hinschreiben und dafür brauchen wir natürlich Strom und Spannung. So, also schreibe ich hier mal hin. Wir haben hier einen Strom. Den nenne ich I, weil das wird ja hier ein Gleichstrom sein, der hier fließt. Und dann nenne ich das die Spannung U. Ja, vielleicht UV für die Spannung an dem Vorwiderstand und das einfach die Spannung UL an der Last. Und hier haben wir noch die Spannung UQ. Und hier fließt ja, wir haben ja nur einen Strom, hier fließt der gleiche Strom in dieser Masche da im Kreis. So, und jetzt könnte ich eben zumindest schon mal zweimal ein Ohmsches Gesetz hinschreiben und könnte sagen, dass UV ist RV mal I und genau so ist das UL ist R. Den haben wir jetzt ja noch nicht benannt. Den nenne ich mal auch RL. RL mal I. So, und dieser Widerstand RL, der ist variabel. Also das ist der Nennwert, das ist der Maximalwert. Aber das Einstellen heißt hier, ich kann den praktisch zwischen Null und diesem Maximalwert oder diesem Nennwert kann ich den einstellen, diesen Widerstand. Okay, so, jetzt haben wir also ein Umschlussgesetz aufgeschrieben, was Strom und Spannung an den Bauelementen miteinander verknüpft. So, was für ein Gesetz können wir, oder was für Gesetze können wir noch immer aufschreiben? Und wir bräuchten natürlich noch irgendwie eine Formel, die am Ende uns hier diese Leistung da mit reinbaut. So, also was für ein Gesetz verknüpft die Spannung miteinander? Wie heißt das? Oder was kann ich aufschreiben als Formel? Und falls es Ideen von den Online-Zuschauern gibt, dann auch gerne im Chat. Aber wir bräuchten jetzt also als nächstes eine Formel, die die Spannung miteinander verknüpft. Was kann ich als Formel hinschreiben für die Spannung? Hast du eine Idee? Genau, ja, also die beiden Spannungen zusammen, wenn ich zum Beispiel von diesem Punkt zu diesem Punkt gehe, diesen Weg entlang, gehe ich diese beiden Spannungen lang, muss das genauso groß, wenn ich diesen Weg lang gehe. Und das nennt man einen Maschensatz. Und dann können wir einen Maschensatz aufschreiben und können sagen, die Spannung UQ, unsere Quellspannung, unsere Gesamtspannung, muss sich zusammensetzen aus diesen beiden Teilspannungen UV und UL. Okay. So, also jetzt haben wir was, was die Spannung miteinander verknüpft. Und naja, für den Strom könnten wir jetzt noch irgendwie einen Knotensatz aufschreiben, aber es gibt ja nur einen Strom hier. Es gibt keine Stromverzweigung. Macht eigentlich keinen Sinn. Also Knotensatz fällt irgendwie weg. Okay. So, dann würde ich vorschlagen, als nächstes wäre es mal schlau, ja, also Spannung haben wir jetzt irgendwie formell verarbeitet, Widerstände haben wir formell verarbeitet, mal über diese Leistung nachzudenken. So, und ja, wie kann man elektrische Leistung ausrechnen? Genau, also wir könnten Leistung ganz allgemein ausrechnen, oder vielleicht schreibe ich das nochmal hin, elektrische Leistung aus P ist U mal I. So, und jetzt können wir jeweils das ohmsche Gesetz an einem Widerstand einsetzen, nur die Spannung einsetzen. Dann steht da R mal I Quadrat. Oder wir könnten auch das hier oben in Richtung des Stromes umstellen und den Strom einsetzen. Und dann kommt da das gleiche raus wie U Quadrat durch R. Also ganz allgemein kann ich U mal I rechnen und an einem Widerstand kann ich auch rechnen R mal I Quadrat oder U Quadrat durch R. So, und, tja, jetzt glaube ich, muss man sich tatsächlich irgendwie so ein bisschen Gedanken darüber machen, entsprechend dieser Aufgabe, also was jetzt damit gemeint ist. Oder wir können ja mal im Prinzip überlegen, was hier passiert. Ja, so, wenn ich jetzt diesen Widerstand ganz groß mache, ich lasse den mal wirklich auf 10 Kilo Ohm. Ja, so, den wissen wir jetzt hier noch nicht. So, aber wir lassen den mal hier auf 10 Kilo Ohm. Also mit unserem Lastwiderstand, wenn der Lastwiderstand 10 Kilo Ohm wäre. Nur mal so hypothetisch angenommen, ja. So, was würde dann für, und wir nehmen mal an, dass der Vorwiderstand gleich 0 ist. So, was würde dann für ein Strom fließen? Wie kann man den ausrechnen? Einfach irgendwie das hier drüben nehmen und einsetzen. Ja, also wenn der Vorwiderstand 0 ist, dann ist ja die Spannung über den Vorwiderstand auch 0. Dann muss unsere gesamte Quellspannung auf den Lastwiderstand gehen. Dann können wir den Strom einfach ausrechnen. Der da fließt mit I, S, U, Q durch RL. Und dann können wir das einsetzen. 12 Volt durch die 10 Kilo Ohm. So, und 12 durch 10 sind 1,2. Oben kann ich auch schreiben als... Genau, also die Kilo kann ich schreiben als 10 hoch 3 und 10 hoch 3 über dem Bruchstehen 10 hoch minus 3 und 10 hoch minus 3 kann ich wiederum schreiben als Milli. Und Ohm kann ich schreiben als... Also ich mache mal das Kilo weg. Dadurch wird ein Milli. Daraus wird ein Milli. Ne. Volt durch Ampere, ganz genau. Also Volt durch Ampere, damit sich die Volt wegkürzen, auch Ampere rauskommt für den Strom, sind das 1,2 Milli Ampere. So, und jetzt könnten wir die mal praktisch hier einsetzen. Ja, oder wir hätten auch im Prinzip direkt natürlich die Spannung einsetzen können zum Quadrat durch den Widerstand. Aber wenn ich jetzt mal für den Fall die Leistung ausrechne, PL, die Leistung in dem Widerstand, wären das eben U, Q mal dieser Strom, den wir gerade ausgerechnet haben. 12 Volt mal 1,2 Milli Ampere. Also Volt mal Ampere ergibt als Einheit. Kann man jetzt auch ein Lucky Guess machen, aber Watt. Sollte ja auch sein, wir würden eine Leistung rausbekommen. Also ein Volt mal Ampere ergibt ein Watt. Das sollte man sich auf jeden Fall mal merken. So, und ja, 12 mal 1,2 kann ich zumindest irgendwie noch im Kopf rechnen. Das sind 1,44. Quatsch, sind 14,4. So, 14,4. Und dann haben wir Milli Watt. So, und jetzt können wir vergleichen. Also das hier wären ja, das wären 100 Milli Watt. Also, das lege ich jetzt auf jeden Fall da drunter. Das wäre sozusagen kein Problem. Ja, so. Und die, tja, die Frage ist so ein bisschen, ähm, wie gehen wir jetzt mit dieser maximalen Leistung um? Und eben, naja, wie groß muss dieser Vorwiderstand dann sein, damit hier diese maximale Leistung nicht überschritten wird? Also, wie viel Leistung müssen wir, wie viel Leistung müssen wir hier schon verbrennen? Wie viel Spannung muss über diesen Vorwiderstand abfallen, damit hier eben diese maximale Leistung nicht überschritten wird? So, und, ähm, tja, das ist jetzt so ein bisschen die Sache, wo wir jetzt noch drüber nachdenken müssen. Hat jemand Anregungen, Ideen, Vorschläge? Also, wir haben jetzt meine Leistung, andere Formel, also, äh, die Formel ist, äh, das, äh, die Leistung ist, äh, um, gerade, äh, Widerstand. Ja, diese Formel, äh, dann können wir, äh, wir haben den Widerstand, und dann können wir die Spannung suchen. Und dann haben wir Spannung, dann haben wir Strom, und dann haben wir... Genau, also, wenn wir, wenn wir jetzt mal ganz, ähm, strikt stur nach dieser Leistung vorgehen, ja, also, dann wissen wir diese Leistung, so, dann, ähm, wissen wir, naja, das Problem ist, wir wissen nicht so richtig diesen Lastwiderstand, und wir wissen auch noch nicht so richtig den Vorwiderstand. Ja, wir wissen eigentlich nur, dass wir in dem Lastwiderstand eben maximal diese Leistung da umsetzen wollen. Hm, so, ähm, also, ich sag mal, wir können das jetzt beides einsetzen, haben wir aber eine, eine, eine Gleichung mit zwei Unbekannten. Ja, nämlich dem Lastwiderstand und dem Vorwiderstand. Und eine Gleichung mit zwei Unbekannten kommen wir irgendwie nicht so richtig voran. So, also müssen wir uns noch was anderes überlegen. Und, meines Erachtens, das, was hier in dieser Aufgabe, ähm, gefragt ist, ne, also, weil man nicht so richtig an diese Leistung, da jetzt so ohne weiteres rankommt, ähm, oder an diese beiden Widerstände aus dieser eingegebenen Leistung, ist sich zu überlegen, also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt den Widerstand ganz klein mache, ähm, dann würde ich ja im Prinzip den größten Stromfluss haben, ja. So, und dann ergibt sich aber Prinzip aus der, also, es ist jetzt so die Frage, wie das Ding intern aufgebaut ist, aber aus dem Nennwert und aus dieser maximalen Leistung, die man hier hat, ja, aus den beiden Größen, die kann ich sozusagen hier einsetzen, dann kommt da ein maximaler Strom raus und dann kann ich mir überlegen, wie groß muss der Vorwiderstand sein, du sagst, selbst wenn ich diesen Widerstand hier auf ganz klein drehe, dass, dass dann dieser maximale Strom nicht überschritten wird. Das ist so die Idee der Aufgabe. Ähm, also zumindest würde ich die jetzt mal so interpretieren, ja. Also, ist jetzt so ein bisschen die Frage, ähm, wie ist das Ding intern aufgebaut? Und ich würde sagen, ja, ähm, also, man könnte das jetzt so so auffassen, dass dieser einstellbare Widerstand, ich habe jetzt leider das Ding nicht mit, sonst hätte ich das sein können. Ähm, ja, also, dass das zum Beispiel so ein, ähm, versuche jetzt mal eine, eine tolle Skizze zu malen, so wie das in der Praxis aussieht. Also, wir haben so einen ringförmigen Körper, bisschen wie so ein, wie sozusagen, wie so ein Donut, ja, aus Keramik. Also, wie, ist jetzt irgendwas ähnliches hier, was so, naja, nee, so richtig nicht. So, also ein, ein Körper aus Keramik. Keramik gleitet nicht, Keramik kann Hitze gut abhalten. So, und um das ringsrum, jetzt brauche ich mal eine andere Farbe, um das ringsrum ist Draht gewickelt. Ja, im Prinzip ein bisschen wie so eine Spule. Also, immer so Draht ringsrum. Das ist jetzt perspektivisch nicht so ganz korrekt, weil man jetzt beide Wicklungen sieht, aber so Draht ringsrum. Und dann, wenn ich jetzt hier und hier anschließen würde und messen würde, dann würde ich diesen Nennwert rausbekommen. Also, hier zwischen und hier zwischen hätte ich, würde ich RN messen. So, und dann gibt es bei solchen Widerständen typischerweise noch einen Kontakt, der dann hier in der Mitte drehbar gelagert ist, der sozusagen hier nochmal so einen Mittelanschluss hat und wo dann ein, ein Schleifer ist, der hier auf diesem Draht aufliegt. Und wenn ich jetzt hier messen würde, dann würde ich eben nur einen kleinen Teil messen. Wenn ich hier messen würde, würde ich jetzt einen großen Teil messen von dem Widerstand. Und je nachdem, wo ich den dann hindrehe, ja, wenn ich den jetzt in diese Richtung hier gegen den Uhrzeigersinn drehen würde, würde dieser Widerstand zwischen den beiden Kleinen immer kleiner werden und der würde immer größer werden. Und genau, wenn ich den im Uhrzeigersinn drehe, wird der immer kleiner und der immer größer. So, und tja, so wie ich jetzt, wie gesagt, die Aufgabe auffassen würde, ist, wir nehmen unsere Nennen, unseren Nennwiderstand, wir nehmen die Nennleistung, setzen die hier in diese Art von Formel ein, rechnen im Prinzip daraus einen maximalen Strom aus. Das ist nämlich der maximale Strom, die maximale Stromdichte, die hier in diesem Draht fließen kann, ohne dass dieser Draht kaputt geht. Ja, und dann ist es ja im Prinzip vollkommen egal, wo ich jetzt hier den Schleifer hinbaue, der Strom in dem Draht, der darf eben diesen Wert, den wir da haben, nicht überschreiten, weil sonst brennt der Draht durch, egal wo ich hier mit welcher Schleiferstellung bin. Ja, also diese maximale Leistung hier ist nicht unbedingt das, was das Ding nachher thermisch abgeben kann durch die Oberfläche, sondern eigentlich legt diese maximale Leistung fest, was ist die maximale Strom, der maximale Strom, die maximale Stromdichte, die man hier in dem Draht hat. So, also, wie machen wir jetzt weiter? Wenn ich das in Richtung Strom umstelle, was kommt da raus? Die Form in Richtung Strom umstellt. I² ist erstmal Ne, genau andersrum, P durch R. So, und dann kann man was machen? Die Wurzel ziehen. So, und dann geht hier das Quadrat weg und hier kommt eine Wurzel dazu. So, was müsste man jetzt eigentlich streng genommen mathematisch machen noch, wenn ich die Wurzel ziehe in solcher Gleichung? Also, so ein bisschen wie, wenn ich sage, x² ist meinetwegen 4. So, dann könnte ich die Gleichung lösen, so wie wir es jetzt gemacht haben. x ist Wurzel 4 oder Minuswurzel 4. Also, eigentlich ist das Plus, Minus 4. So, jetzt können wir uns aber hier überlegen, in dem Kontext der Aufgabe, wenn der Strom negativ ist, also ja, wäre das eine Lösung, ja, dann fließt der Strom im Prinzip andersrum in unserer Masche, aber das ist nicht, jetzt nicht physikalisch sinnvoll, weil dann würde ja die Quelle keinen Strom abgeben, sondern Strom aufnehmen. Also, deshalb, ja, können wir uns das Plus, Minus hier vor wegdenken, es zählt nur die positive Lösung. So, dann können wir die Zahlenwerte einsetzen, 0,1 Watt, geteilt durch die 10 Kilo Ohm und davon die Wurzel. So, Watt kann ich auch schreiben als Ne? Fast, fast. Ampere Sekunden wären Coulomb. Volt Ampere. So, und Ohm, da sitzt ja Ohm-Experte, was kann ich Ohm schreiben? Volt durch Ampere. So, und dann kürzen sich hier drin Volt gegen Volt, wir haben Ampere zum Quadrat und davon die Wurzel, das macht Ampere. So, 0,1 durch 10 macht 0,01 oder 10 hoch minus 2 und nochmal mal durch Kilo Kilo sind 10 hoch 10 hoch 3, also habe ich insgesamt 10 hoch minus 5, wenn ich jetzt das so richtig im Kopf überschlage, es sind 10 hoch minus 1, das sind 10 hoch 1, das sind nochmal 10 hoch 3, 10 hoch minus 1 durch 10 hoch 4 macht 10 hoch minus 5. So, also kommt hier raus, ich mache mal das, hier hinten meine, meine kurze X Skizze weg und schreibe mal hier weiter, also kommt da raus die Wurzel von 10 hoch minus 5 Ampere. so und naja, das könnte man jetzt in 10 hoch minus 4 und 10 hoch minus 1 umwandeln oder in, also man könnte es auch einfach in den Taschenrechner einsetzen, ja, also zumindest müssten da irgendwie so ein paar Milliampere bei rauskommen, wenn ich das jetzt mal so richtig im Kopf überschlage, kann das mal jemand in einen Taschenrechner einsetzen, also ich kann natürlich jetzt auch hier nochmal irgendwie mir so hier drunter überlegen, wie ich das jetzt vielleicht im Kopf rechnen würde, also im Kopf würde ich rechnen 10 hoch 1 mal 10 hoch minus 6, ja, das macht ja das gleiche, wenn ich das jetzt addiere, kommt auch 10 hoch minus 5 raus, so und die Wurzel von 10 hoch minus 6 ist 10 hoch minus 3 und die Wurzel von 10 ist 3 und ungefähr, also kommen da 3 Wurzel, Wurzel 10 ist keine Ahnung, 3,14 oder sowas Milliampere raus, hat das mal jemand, kann mal jemand die Wurzel von 10 ausrechnen, 3,16 dann sollten da 3,16 Milliampere rauskommen, ja, so und die 3,16 Milliampere die dürfen jetzt in dem Draht in der Wicklung von unserem einstellbaren Widerstand auch dann nicht überschritten werden, wenn ich den sozusagen auf ganz klein einstelle, ja, weil dann habe ich ja immer noch ein Stück von dem Draht und in dem Draht darf eben dieser Strom nicht überschritten werden, so und jetzt können wir gucken, also selbst wenn meine die Spannung hier ganz klein wird, weil ich diesen Widerstand ganz klein mache, ja, und die gesamte Quellspannung jetzt hier über dem Vorwiderstand abfällt, darf dieser Strom, den wir hier gerade ausgerechnet haben, der muss jetzt trotzdem kleiner bleiben als das hier, so also was muss jetzt machen die Formel nach dem Vorwiderstand umstellen und das einfach einsetzen also habe ich mal hin vielleicht mit einem trockenen Stück Kreide nötiger Vorwiderstand einfach die Formel in Richtung des Widerstandes umgestellt kommt da was raus u durch i richtig so uv durch i und dann haben wir gesagt dass die Spannung über den Vorwiderstand wenn ich den jetzt ganz klein mache wenn die praktisch null ist ist die Spannung im Vorwiderstand gleich der Quellspannung und der Strom um den es hier geht ist dieser maximale Strom den wir hier gerade ausgerechnet haben ja das ist jetzt so bedingt durch diese Aufgabe hier jetzt kann ich da die Zahlenwerte einsetzen nicht 10 sondern 12 Volt und als maximalen Strom die 3,16 Milliampere Volt pro Ampere ergibt Ohm so 1 durch Milli äh nee 1000 ja weil das ja ein tausendste ist also sollte als Einheit schon mal sowas wie Kilo Ohm rauskommen so und 12 durch 3 sind 4 und 12 durch ein bisschen mehr als 3 ist ein bisschen weniger als 4 also ja muss man jetzt mal wieder einen Taschenrechner einsetzen was da rauskommt hätte ich jetzt auch so vom Gefühl her gesagt 3,8 irgendwas Kilo So und das ist jetzt der nötige Vorwiderstand den wir brauchen um zumindest in diesem einstellbaren Widerstand nicht die maximale die maximale Stromdichte da oder den maximalen Strom zu überschreiten gibt es bis dahin erstmal Fragen Das scheint nicht unbedingt der Fall zu sein dann könnte man sich jetzt nochmal überlegen ja also wenn man jetzt mal nicht davon ausgeht dass das Ding wirklich so aus Draht gewickelt ist und nicht der maximale Strom tatsächlich das einschränkende ist sondern wenn wirklich die maximale Leistung das einschränkende wäre also was kann das Ding an Energie umsetzen und in Wärme irgendwie an die Umgebung abstrahlen ohne dass das ernsthaft kaputt geht so wie würde man dann vielleicht an die Aufgabe rangehen und jetzt könnte man sich eben überlegen naja also die maximale Leistung wann kriege ich denn wann kommt denn die maximale Leistung in diesem Widerstand hier an wann wird in einer solchen Schaltung wo ich eine Quelle habe die einen Innenwiderstand hat und ich habe einen Last Widerstand wann kriege ich die maximale Leistung aus der Quelle in die Last gibt einen Fall der nennt sich Leistungsanpassung da lacht schon jemand und was hat man bei Leistungsanpassung kann man jetzt auch im Skript im Buch in Wikipedia zu schauen oder im Zweifel könnte das vielleicht sogar JGPT wissen also diese Leistungsanpassung hat man genau dann wenn die beiden Widerstände gleich groß sind wenn der Widerstand und wenn der Widerstand gleich groß sind so und tja dann wissen wir ja trotzdem immer irgendwie noch nicht so richtig wenn wir den Widerstand nicht wissen und den Widerstand nicht wissen wie groß sie ja jeweils sein sollen aber wir wüssten immerhin schon mal dass die gleich groß sind so und wenn die beiden Widerstände gleich groß sind was gilt dann für die Spannung die Spannung sind gleich genau da muss sich ja die Spannung gleichmäßig auf beiden Widerständen aufteilen so und ich mache jetzt mal so einen Strich hier unten und mache jetzt nochmal schreibe mal hin alternative Lösung mit Leistungsanpassung mit Leistungsanpassung kürze ich mal ab als P Anpassung P für die Leistung so und dann würden wir eben sagen also wenn wir diese Leistungsanpassung haben dann wäre der Vorwiderstand genauso groß wie der Lastwiderstand und das heißt sowohl die Spannung über den Vorwiderstand als auch die Spannung über den Lastwiderstand wäre genau die Hälfte der Quellspannung und die Hälfte von 12 Volt sind 6 Volt so und jetzt wissen wir okay was wissen wir jetzt wir wissen über dem Lastwiderstand haben wir 6 Volt und wir wissen das ist die maximale Leistung mehr geht da nicht rein und bei diesen 6 Volt dürfen wir jetzt eben diese Leistung nicht überschreiten also wir wissen die Spannung wir wissen die Leistung was können wir daraus ausrechnen mit den ganzen Formeln die wir uns schon an die Tafel geschrieben haben Strom wenn wir die Leistung wissen können wir Strom ausrechnen und wenn wir den Strom haben können wir auch einen Widerstand ausrechnen also nehmen wir die Gleichung stellen die Richtung des Strom um dann kriegen wir raus I ist P Max in dem Fall die maximale Leistung geteilt durch diese Spannung die wir da gerade haben also 0,1 Watt wieder oder 100 Millivatt geteilt durch 6 Volt Watt kann ich auch schreiben als Volt Ampere so ein kürzlich Volt weg bleiben Ampere über ist auch gut weil wir wollen ja einen Strom ausrechnen so 0,1 durch 6 kann man jetzt auch wieder nicht so richtig gut machen ich schreibe das mal als also es sind ja sozusagen 100 Millivatt ja und 100 Millivatt geteilt durch 6 wären 16 Millivatt wenn ich das jetzt richtig so im Kopf rechne ja man könnte das natürlich auch als Bruch stehen lassen aber das ist vielleicht ein bisschen anschaulicher und am Ende vielleicht auch handlicher so so und mit den halt nicht Millivatt sondern Milliampere natürlich so und mit den 16,6 Milliampere die kann ich jetzt wieder hier in das umschen Gesetz einsetzen oder in das hier wir kennen die Spannung wir kennen den Strom dann können wir den Lastwiderstand ausrechnen und wir haben ja auch gesagt da muss der Vorwiderstand eben auch genauso groß sein also kann ich jetzt sagen sowohl der Lastwiderstand als auch der Vorwiderstand die ergeben sich jetzt jeweils aus 6 Volt durch die 16,6 Milliampere so Volt pro Ampere hatten wir jetzt schon ein paar Mal sind wieder oben 1 durch Millie ergibt Kilo und 6 durch 16 kann man auch wieder schwierig im Kopf rechnen jetzt wäre es vielleicht gar nicht so schlecht gewesen wenn man das irgendwie als Bruch geschrieben hätte aber ja also wir können es jetzt wieder als Bruch schreiben wir könnten ja sagen 16 16,6 das waren doch 100 Sechste richtig so und 6 mal 6 sind 36 und dann schreibe ich die hundertste ab so und dann wären das jetzt in dem Fall 0,36 Kilo Ohm so und das ist jetzt schon was fundamental anderes als das was hier raus kommt und deshalb ist es bei der Aufgabe meines Erachtens also hat mal jemand in die Ergebniskontrolle in die Musterlösung geguckt da steht meines Erachtens dieses Ergebnis drin es scrollt gerade jemand runter und guckt ist das nicht auch irgendwie verlinkt in dem Heftchen dass man irgendwo klicken kann Ergebniskontrolle bei der Aufgabe 46 ganz genau da kommt also laut Musterlösung gilt dieses Ergebnis ja ja jetzt könnte man auch eine alternative Lösung eben machen und sagen also wie muss ich denn dieses Ding dimensionieren damit ich hier niemals nie diese Leistung überschreite und dann würde da eben dieser Widerstand hier rauskommen ja der deutlich kleiner ist also das ist ja irgendwie Faktor 10 kleiner so und ja das sind einfach die beiden Fälle die man hier betrachten könnte in der Aufgabe so gibt es dazu Fragen Ideen Hinweise Anmerkungen Kommentare also ich sage ja in der Ergebniskontrolle steht die drin ja ich würde jetzt behaupten die ist genauso richtig das steht ja nicht so richtig in der Aufgabe also man könnte argumentieren ja auch wenn ich diesen Widerstand hier als Vorwiderstand nehme dann werde ich egal was ich hier an diesem Widerstand einstelle werde ich da niemals mehr als 0,1 Watt reinbekommen in diesem Widerstand ja so weil das ja hier so ist dass ich in dem Fall ähm wirklich diese Leistungsanpassung habe und ich habe ja die 6 Volt dann über diesem Lastwiderstand bei dem Fall hier ja ist es ja so so wie wir es hier gemacht haben diese 12 Volt hier die fallen ja dann komplett über den Vorwiderstand ab ich habe den auf ganz klein gestellt ja ich habe den hier so ganz dass das wirklich nur über so den letzten Rest Draht da der Strom durch fließt der ganze Rest da ist überhaupt kein Strom drin aber trotzdem will ich diesen maximalen meiste also was heißt die meiste fast die gesamte Spannung fällt in dem Fall den wir so gerechnet haben eben über den Vorwiderstand ab und dann habe ich überhaupt keine Leistung über diesem Widerstand hier weil die Spannung ist ja null wenn ich den auf ganz klein drehe ist die Spannung null dann habe ich eben trotzdem diesen maximalen Strom das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Lösungswegen also das was wir vorher gerechnet haben ist ich rechne aus der maximalen Leistung maximalen Strom aus und versuche diesen maximalen Strom nicht zu überschreiten und das was wir hier gemacht haben ist ich rechne wirklich maximale Leistungsanpassung und rechne den Vorwiderstand so aus dass ich egal wie ich das Ding einstelle die maximale Leistung nicht überschreite aber das heißt ist der hier praktisch der der Lastwiderstand ist dann auch 0,36 Kilo Ohm also sind beide 0,36 Kilo Ohm und also von von 10 Kilo Ohm 0,36 ist jetzt nur so ein bisschen ja also wenn das gesamte 10 Kilo Ohm wären dann wären eben 5 Kilo Ohm hier in der Mitte ja und hier werden sagen wir so ein bisschen so wie bei einer schlechten Uhr oder eigentlich passt vielleicht mit meiner Skizze ganz gut also wenn ich sage hier unten fehlt mir eine Stunde und hier fehlt mir eine Stunde ich hätte eigentlich zwölf Stunden rings rum und jeweils eine Stunde fehlt mir dann ist immer wie eine Stunde sozusagen 1 Kilo Ohm und jetzt habe ich nur 0,36 Kilo Ohm also im Prinzip nutze ich auch hier nur so ganz kleinen Dings von dem Widerstand von dem Last Widerstand von diesem einstellbaren Widerstand und in dem kleinen Teil wird aber trotzdem die gesamte Leistung umgesetzt die der eigentlich könnte also der muss jetzt in dem kleinen Teil hier die gesamte Energie Leistung in Wärme umsetzen und eigentlich über die gesamte Oberfläche abstrahlen kann man sich auch überlegen naja wahnsinnig realistisch ist das nicht ja also in der Praxis je nachdem wie das Ding aufgebaut ist das ist das wahrscheinlich die bessere Variante ja also wenn ich mal das wirklich mit so einem Einstell Widerstand mache am Dienstag habe ich ein Experiment gemacht wo ich das mal gemessen habe und gezeigt habe der war da ungefähr so groß und hatte weiß nicht 25 oben 25 Watt und dann würde ich auch sagen wenn ich eben nur einen kleinen Teil von dem benutze dann kann der auf jeden Fall nicht seine Ninnleistung abstrahlen das geht nicht weil ich die dann eben nur an so einer ganz kleinen Stelle umsetze und deshalb also die Lösungen haben beide ihre Berechtigung am Ende ist die wahrscheinlich praktisch realistischer und relevanter als diese hier so gibt es weitere Fragen das scheint nicht so richtig der Fall zu sein du grüß noch so ein bisschen nach Ja das funktioniert das funktioniert ja nur wenn er vorne leistet genau also wenn die beiden gleich sind dann habe ich die maximale Leistung also sagen wir mal so wir hätten jetzt wir haben jetzt aus dieser Rechnung haben wir jetzt den Vorwiderstand bestimmt diese 0,36 Kilo und ich schreibe die jetzt mal da oben hin also die haben wir jetzt festgemacht und haben gesagt das sind 0,36 Kilo so und jetzt können wir nochmal können wir im Prinzip nochmal eine Probe machen ja ähm und sagen also ähm wenn ich jetzt den RL auch so groß mache ja klar dann teilen sich die beiden Spannungen genau zur Hälfte auf dann habe ich ähm können wir nochmal rechnen also dann hätte ich auch als Strom da muss ja jetzt im Prinzip wieder das gleiche rauskommen als Probe habe ich UQ unsere Quellspannung durch RL plus RV oder RV plus RL und wenn die beide gleich groß sind habe ich den Wert eigentlich zweimal so also habe ich 12 Volt geteilt durch das Doppelte von dem hier wären 0,72 Kiloohm ja so 12 durch 0,72 müsste mal jemand rechnen was da irgendwie schönes bei rauskommt ähm und Ohm ist Volt pro Ampere da kommt wieder Ampere raus weil sich die Volt wegkürzen sollte ja auch so sein und Kilo über dem Bruchstrich Gold ist Milli da kommen also irgendwelche Milli Ampere raus und ein bisschen mehr als 12 weil ich ja durch was teile was ein bisschen kleiner als 1 ist und das sind 16,6 so naja und das passt ja zu dem was wir vorher auch schon mal zu stehen hatten ja das ist ja schon mal ganz so verkehrt so und jetzt kann ich natürlich noch mal rückwärtig ausrechnen wie groß die Leistung ist indem ich wieder das mal das rechne 16,6 Milli Ampere mal 6 Volt und das hatten wir jetzt schon mal das mal 6 macht genau diese 100 Milli Watt so das passt also die Probe funktioniert schon mal so und jetzt kann man sich im Prinzip so ein bisschen überlegen wenn ich jetzt diesen Widerstand hier kleiner mache wenn ich den jetzt kleiner mache als den dann kriege ich natürlich jetzt mache ich den hier kleiner in der Gleichung dann kriege ich Prinzip mehr Strom mehr Strom der in der Masche fließt aber wenn ich den Widerstand kleiner mache wird diese Spannung ja auch kleiner und damit wird die Leistung auch kleiner weil Leistung ist Spannung mal Strom der Strom wird zwar größer aber die Spannung wird stärker kleiner und dadurch wird die Leistung auch kleiner ja kann man kann man sich Prinzip das ist jetzt so in der Nähe nicht so offensichtlich da ist die Änderung auch nicht so stark aber wenn ich mir den Extremfall angucke wenn ich jetzt den Widerstand ganz klein mache wenn ich den gegen Null gehen lasse dann habe ich ja gar keine Spannung mehr dann habe ich zwar maximalen Strom aber dann habe ich keine Spannung wenn ich keine Spannung habe habe ich auch keine Leistung also alles was ich jetzt diesen Lastwiderstand kleiner mache wird die Leistung kleiner werden gehe ich unter die 100 Milliwatt genauso wenn ich jetzt den Widerstand hier den Lastwiderstand größer mache der wird jetzt hier unten in der Formel größer so was passiert mit dem Strom der Strom wird kleiner aber die genau die Spannung nimmt zu aber der Strom wird kleiner so und ja das sozusagen der Strom abnimmt ist stärker als das was die Spannung zunimmt deswegen wird die Leistung auch kleiner kann man sich auch wieder als Extremfall überlegen wenn ich jetzt den Widerstand ganz groß mache und gegen unendlich gehen lasse dann habe ich irgendwas durch und endlich dann wird der Strom null dann habe ich zwar hier die volle Spannung die ganze Quellspannung die über dem Lastwiderstand abfällt also volle Spannung aber trotzdem Strom null und Leistung wird null so und deshalb ist dann dieses RV ist gleich RL ist wirklich der Fall wo ich die maximale Leistung in diesen Vorwiderstand reinbekomme in den Lastwiderstand reinbekomme und der Wirkungsgrad 50% ist also ich habe auch die maximale ich kriege auch mehr Leistung in dem Vorwiderstand aber sozusagen genauso viel Leistung wird dann auch gleichzeitig in dem Vorwiderstand verbraten bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal Vielen Dank.